Herzlich Willkommen hier sind die Secreties bei Part 2 von Super Mario World. Ok, jetzt beginnen wir nochmal. Musik 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 . Mario kann den Teil Kung Fu Was wir in Part 1 gemacht haben, wissen wir alle, außer ihr habt ihn nicht gesehen. Dann empfehle ich euch, nachzuholen. Guck, Mario haut drauf. Viele dachten immer, er zeigt irgendwo hin und sagt dann so, los, da. Oh, Scheiße. Oh nein, ich kann diesen Kitzel da oben nicht nehmen. Come on! Das war's für heute. Da wird der Lust halten. Hat ein Jack-Tack gemacht, deswegen rede ich jetzt kurz komisch. Best run ever. Ach, diese Mutboxen. Nutze ich nicht. 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 Das letzte Spiel wieder von neuem Spiel. Hoch, runter, links, rechts. A, B. Was passiert denn, wenn man den Tsunami-Code macht? Da... Übrigens, ich war schon in irgendeinem Level. Das Level hab ich schon mal geschafft. Aufladen. Mehr Spieler. Er kann auch jetzt mehr Spiele spielen. Mit einem, den ich nicht erwähne. Und der wird auch nicht reden, wegen... Der mitreden kann ich. Sonst können ihn Freunde erkennen und was. Ja? Herzlich willkommen, jetzt wieder... Ich hab ein bisschen weiter gespielt. Ich musste... Ja... ... 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 Das bin ich lebsen, meine. Aber wird sich nicht schützt. Die Kleine dachte ich immer, dass das Feueröl ist. Die Kleine dachte ich immer, Mario ist ein Bäcker und kann unterlegen. 1981 war er aber Tischler. Und die Eispiele? Wie hieß sie wohl? Oh! Musik Oh, ich habe einen Checkpoint. Bei der letzten Woche. Die kleine Spielfolgerung, der sich der Eingang wieder fließt. Die Wienerung ist in die Zeit für die Anlage für die Ausharren. Die Zeit, die wir sehen. Und die Wienerung ist vor allem. Xz5-Ausarbeit. Wenigstens eine kleine Wiedergutmachung. Oh, kackle. Oh, kackle. Oh, kackle. Spaghetti. 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 Das ist doch unfair. Jetzt kommt es auf den Haus. Jetzt kommt es auf den Haus. Jetzt beende ich die Aufnahme. Bis bald!